Was geht ab YouTube? TechTix ist wieder weg am Start mit einem neuen GTA 5 Video für euch. Und zwar hat GTA, also Rockstar Games, wieder eine Ankündigung gemacht, dass das nächste Update kommt, das nächste DLC. Und das wurde auch bestätigt und dazu gibt es ja schon einen Trailer. Deswegen gibt es heute mal einen Trailer für euch und das Release-Datum ist auch schon bekannt. Und zwar der 15. September. Und jetzt schaut euch erstmal den Trailer an und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon darauf freut oder nicht. Und ja, lasst auf einmal eine Bewertung da, eine positive Bewertung natürlich. Und ansonsten kommt jetzt erstmal das Intro und danach der Trailer. Und ja, viel Spaß damit und ja, dann ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Fast Life Fasskeits, Fasslife, Fasskeits, 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 Fasskeits Untertitelung des ZDF für funk, 2017